Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Das Pack sagt wieder Hallo, Hallo, Hallo. Hallo, Hallo, Hallo. Zu dem Leben Ja sagen. Das Leben ist das Pack, meine Damen und Herren. Ja zum Leben ist Ja zu das Pack. Das wird sich aber ändern, wenn... Pansel Paladin war endlich mit dem Stuhl auf die Schnauze. Deine Mutter ist in der Bar auf dem Stuhl zusammengeklappt. So ist es. Dieses fette Schwein. Ja, es geht gleich los, ne? Pferde. Ich hab normalerweise einen Anruf, so habe ich diese sehr gut. Ich hab dir gedacht, weil ich klar war. Och schön, endlich mal ne Tröte. Ich warte seit zwei, drei Wochen, auf dass die Welt endlich mal ne Tröte pfeift. Das ist eine geniale Idee, Digger. Auf jeden Fall. Ein Applaus für die Senders und deine Tröte aus der ersten Reihe. Komm doch einmal hoch und tröte mal einmal für alle. Komm doch einmal hoch, Digger. Komm doch einmal hoch. Komm doch einmal hoch. www.brosstellung.de Einfach mal nachgucken. So, meine Damen und Herren. Einer von euch und er, meine Tröte... Wie heißt du? Benni, Mann. Was? Wie heißt du? Benni, der Benni. Benni, der Benni, meine Damen und Herren. Ein Dreser. Hast du deine Tröte jetzt... Jetzt hast du deine Tröte gar nicht mitgebracht. Jetzt tröte es so eine Niese. Ist das so eine Herpes-Tröte, die von jedem... Alles klar. Okay, jetzt. Vielen Dank. Ich würde sagen, ähm... Ciao. Ciao. Ah, das war ich. Das geht doch schon mal hervorragend los, liebe Damen und Herren. Geht gleich um das Ding. Ja, wir sind wieder da. Der aufmerksame Podcast-Verfolger wird merken, dass in dieser Wohnung schon so zwei bis drei hervorragende Podcasts entstanden sind. Man muss an dieser Stelle als allerer... Damit man mal versteht, was es eigentlich soll ist. Es geht da... Das ist das Stativ, meine Damen und Herren. Und ich baue es noch mal auf. Hi. Man muss an dieser Stelle als allererster... Aaaaaaah. Alter, was, dann fängt dich doch. Ich halte es einfach. Nein. Also, man muss an dieser Stelle erst mal erwähnen, dass die Mutter, das Puck, ein neues Kind geboren hat. Dieses Kind heißt Dragan the Sagan, sag ich mal. Das Problem ist, dass er halt ohne Cap ein bisschen zu gut aussieht. Ist so, ne, Degas? Deswegen Auflage von Frauchen, Mütze bleibt auf, äh, aus Sicherheitsgründen, sag ich mal. Ja. Degas ist jetzt an Bord, sag ich mal, und kümmert sich darum, dass das Puck eine gute Zeit hat. Bis morgen. Bis morgen. Äh, wir haben heute ein wunderschönes Konzert, das kann man wirklich mal so sagen. Ja, das kann man sagen. Äh, in Dresden haben, äh, bunte Republik Neustadt, draußen und umsonst und viele freundliche Menschen, die das Pack-T-Shirts tragen, schon vor dem Konzert. Lauter als mitsingen und, äh, Pferdeäpfel mögen. Wir haben heute eine Weltpremiere gebracht. Weltpremiere. Das Lied heißt Pferdeapfel und alle, die es nicht kennen, also ihr. Glück auf. Glück auf. Wir haben echt noch sehr viel vor im Leben, was man so erleben kann. Wir möchten Danke sagen und außerdem, Timmy, ja, Timme, hat gestern Geburtstag gehabt. Ja, echt, gratuliert ihn doch mal bitte nachträglich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Timme. Wir sagen es zusammen, drei, vier, herzlichen Glückwunsch nachträglich, Timme. Bisschen Vorwiss, oder? Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Timme. Oh, super gut. Echt super geil. Glückwunsch mails bitte an info at packrock.de. Wir werden das dann weiterleiten. Dieser Mann hat gestern seinen Geburtstag geopfert, um anderthalb Stunden in Braunschweig, einer sehr hässlichen Stadt, zu warten am Flughafen, darauf, dass wir ihn einsammeln und hat die Getränke selber mitgebracht für die super Birthday Party, die dann stattgefunden hat. Braunschweig Klotzenmeter kommt aus Hannover, deswegen muss er sagen, dass Braunschweig hässlich ist. Deswegen möchte er es sagen. Deswegen möchte er es sagen. Ich sage natürlich Braunschweig ganz klasse, aber ein bisschen hässlich ist es trotzdem. Denn ich bin in Wahrheit 96er-Fan. So sieht es nie aus. Wenn du hustest, während ich rede, du ey, gelass es nicht. Ja, aus Upturn. Danke, ciao. Schälchen war auch dabei, es war eine schöne Zeit. Danke, ciao. Ciao. Und Schalentierchen, falls ihr ihn nicht sehen könnt, er sitzt auf jeden Fall hier und ruft irgendwelche Sachen, zum Beispiel, hey. Hey. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Timme. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Timme. Dankeschön. Bitte schön. Ciao. Endlich, das packt wieder ein Podcast, ist richtig geil, Alter. Ist richtig qualitativ hoch, Alter. Werde ich.